Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 25 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 500 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017